Hallo Zuschauer an eurem Bildschirm. Hallo. Schön, dass ihr in unseren Technikkanal reinschaut. Wir beide haben uns überlegt, wir zeigen euch mal ein paar Lifehacks, was sich Trudy überlegt hat. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir zeigen euch, wie man mit Hosenspanner aus einem 1 Euro Laden einen Tablethalter bauen könnte. Wir zeigen euch das mal schnell. Das sind zwei Hosenspanner aus einem 1 Euro Laden. Der eine Bügel wird nach oben gedreht, die Klammern werden zusammengeschoben und werden dann so festgemacht. So und so. Und schon ist der Notebook Halter für 1 Euro fertig. So, diesmal mit einem kurzen Video. Wenn euch das Format gefallen hat, zum Beispiel Lifehacks. Und ihr wollt noch mehr davon sehen, einfach mal in die Kommentarliste schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.